Hallo und herzlich willkommen, liebe YouTube-Freunde. In diesem Video möchte ich euch einmal ermutigen, in den kommenden Tagen vielleicht nicht unbedingt angeln zu gehen und auf das Auswerfen von Ködern zu verzichten. Ihr sollt ans Angeln denken und ihr sollt eure nächsten Angeltouren vorbereiten. Das ist wirklich kein Witz, ich meine das ernst, denn den Grund dafür findet ihr momentan überall in der Presse und in den Nachrichten. Wir haben überall extremes Niedrigwasser. Die Wasserstände sind so niedrig wie selten oder noch nie und das gibt uns hervorragende Chancen, unsere Angelplätze mal ganz anders zu sehen und in Augenschein zu nehmen. Viele Angelstellen bieten im Moment die Möglichkeit, einmal live und trocken ohne Echolot in Augenschein genommen zu werden und wir können erkennen an den Angelplätzen, wo wir normalerweise die Fische fangen, was denn die Fische an diesen Platz geführt hat. Mein Hausgewässer ist der Mönesee und wenn ich ganz ehrlich bin, so niedrig wie der im Moment hier da liegt, habe ich den selbst noch nie gesehen. Die Trailerstellen sind teilweise absolut leer gefahren. Es ist also nichts mehr so, wie es eigentlich sein sollte. Die Autos kommen nicht mehr rein, teilweise sind die Trailerplätze schon gesperrt und meine eigene Rampe geht also am Ende so richtig steil runter. Ich habe also selbst Schwierigkeiten, überhaupt noch ins Wasser zu kommen. Also an Angeln ist nur schwerlich zu denken, umso besser, denn wir können jetzt die zukünftigen Jahre umso erfolgreicher gestalten. Vielerorts bekomme ich mit, dass die Angler frustriert ihre Angelsachen in die Ecke stellen und an ihr Hobby gar nicht mehr denken möchten. Dabei haben wir wunderbares Wetter, wir haben schönstes Wetter und wir haben tolle Möglichkeiten, uns draußen in der freien Natur einmal anders zu betätigen. Das hat was mit Angeln zu tun. Gehen wir einfach raus und suchen uns die besten Angelplätze auf, die wir also sonst bei Vollstau dann beangelt haben und analysieren die. Und gleichzeitig suchen wir uns neue, vielleicht geheime Angelplätze, die wir noch nicht so gesehen haben. Das kann man natürlich auch in unseren Flüssen machen. Egal ob Rhein, Elbe und so weiter, auch diese Flüsse liegen extrem niedrig da und man kann die ganzen guten Angelstellen richtig gut in Augenschein nehmen. Auch dort sind die Buhnenfelder extrem trocken. An gutes, erfolgreiches Angeln ist zum Teil gar nicht mehr zu denken. Immer wieder kommen Angler zu uns und erzählen, bei uns geht im Moment gar nichts. Es geht was, wir können nämlich spazieren gehen und uns die Angelstellen ansehen. Angeln ist mehr als einfach immer nur die Angelrute einzupacken und loszuziehen. Mancher großer Erfolg bedarf der intensiven Vorbereitung. Das liegt nicht vielen Anglern, aber wenn ich da zum Beispiel an die Karpfenangler denke, die mit Akribie und extremem Aufwand vor dem Angeln ihre Angelplätze suchen, ausloten und vielleicht auch die Untergründe untersuchen, Das können wir jetzt alles ganz einfach in Augenschein nehmen. Wir können alles genau ansehen und einfacher als es jetzt im Moment der Fall ist, wird es wahrscheinlich in den nächsten 10, 20 Jahren nicht mehr möglich sein. Zumindest hier im Möhnesee haben wir ein Niedrigwasser, wie es seit über 40 Jahren nicht mehr vorhanden war. Und diese Chance sollten wir doch nutzen. Sollten wir doch jetzt einfach mal ein paar Angeltage, die sowieso nicht so besonders gut sind, dafür verwenden, hier die besten Angelplätze richtig schön sehen zu können. Jeder halbwegs versierte Angler weiß, wie wichtig es ist, die Spots möglichst genau zu kennen. Für mich der beste Bereich fängt hier an den Liegeplätzen der Schiffe an und geht dann weiter hier herum. Und dieses Ufer hier, hier entlang, sieht man, also geht schön steil runter, ist steinig, ist harter Untergrund. Das ist ein Top-Bereich für die Herbstangelei auf Hechtzanderbarsch. Also ein super Platz, für den man allerdings ein bisschen weit laufen muss. Wo sind Scharkanten, wo ist Bewuchs oder wo sind harte Untergründe? Das sind die Fragen, die uns alle Angler beschäftigen. Und entsprechend müssen wir dann eben auch auf Suche gehen. Ich finde es auch immer wieder spannend zu sehen, wie strukturiert unser Gewässer ist. Das ist zwar mit dem Echolot auch irgendwie feststellbar, aber wenn man das dann live vor Augen sieht, dann ist es nochmal was anderes. Jetzt bietet sich die Chance, extrem viel über unser Gewässer zu erfahren. Auch wenn es Mühe bedeutet, auch wenn ihr mit Sicherheit bei so einer Gewässerinspektion keine Fische zu erwarten habt, jetzt könnt ihr die Chance auf zukünftige gute Fänge besonders gut erhöhen. Auch die lästigen, schwierigen Hängerstellen lassen sich jetzt endlich mal in Augenschein nehmen. Warum ist der Köder da immer hängen geblieben? Wie ist das da mit der Hängerstelle? Was liegt da im Wasser? Was nervt mich immer wieder? Vielleicht finden wir ja sogar an einem nicht so stark besuchten Gewässer unsere alten Köder wieder. Und fürs nächste Mal, wenn das Wasser dann wieder da ist, können wir unsere Angelmethode dann an dieser Stelle ein bisschen anpassen. Wir wissen vielleicht, was wir vermeiden können, um eben dann die kostbaren Köder nicht weiter zu verlieren. Auch das ist ja ganz oft eine große Hilfe. Da wo Struktur ist, da wo es Hänger gibt, ist das Angeln in der Regel sehr, sehr gut. Und wir müssen also irgendwie da drum herum kommen. Und wenn wir das jetzt im Trockenzustand schön in Augenschein nehmen können, dann können wir vielleicht auch eine Taktik entwickeln, wie wir die Hänger dann am besten vermeiden können. Ihr müsst euch jetzt nur überwinden, ein paar interessante Spaziergänge zu absolvieren. Ist ja vielleicht sogar ganz gut, mit Freundin oder Frau einfach mal bei Sonnenschein aufs Angeln zu verzichten und spazieren zu gehen. Das kommt bestimmt gut an. Und sie wird vielleicht nicht merken, warum ihr jetzt auf einmal so viel Lust zum Spaziergang habt, der ja sonntags sonst eigentlich eher eine nervige Geschichte ist und gar nicht für Angler in Frage kommt. Wer es so richtig professionell an großen Gewässern vornehmen möchte, der schmeißt vielleicht doch noch irgendwie sein Boot ins Wasser und fährt einfach mal das Ufer ab und sieht vom Wasser aus dann viel schneller, welche Stellen besonders interessante Strukturen bergen und wo es also dann auch Sinn macht, viele Steine oder sonst was intensiver zu beangeln. Ich habe also hier im Möhnesee ganz viele neue und für mich überraschend interessante Spots gefunden, die ich also in den nächsten Jahren dann viel intensiver beangeln werde. Wer sein Gewässer optimal kennt, wird viel mehr Fische fangen. Das kann ich euch garantieren. Was hat euch den Fisch gebracht an dem jetzt trocken liegenden Angelplatz? Sind es steile Kanten? Dann sucht ihr vielleicht andere steile Kanten, die in der Nähe und im gleichen Gewässer liegen. Dann mögen die Fische bei euch steile Kanten. Ist es eine Rinne oder ein steiniger Untergrund? Manchmal sind es nur winzige, schmale Streifen, eine alte Straße zum Beispiel, die also dann besonders hart ist und worauf sich die Fische dann bevorzugt aufhalten. Jeder weiß, dass Zander zum Beispiel harte, muschelträchtige Untergründe mögen. In Holland gehen die Angler los und starken mit den Stangen ins Wasser hinein. Da fällt es niemals trocken und da muss man dann also anderweitig die interessanten Angelstellen finden. Wir können das jetzt bei Niedrigwasser ganz leicht mit den Augen beim Spazierengehen tun. Es sind die großen und die kleinen Geheimnisse des Gewässers, die wir jetzt lüften können. Und genau dieses Wissen ist es, dass viele Guides nutzen und euch damit dann zum Erfolg bringen. Jetzt könnt ihr eure Geheimnisse selber lüften und vielleicht ein paar interessante Erkenntnisse dazu gewinnen. Die Art des Untergrundes ist meiner Meinung nach sehr entscheidend. Da wo es jetzt trocken und richtig schlammig ist, dürft ihr in der Regel nicht so viele Fische erwarten. Zumindest keine Raubfische. Dort wo es richtig steinig und hart und vielleicht auch zerklüftet und spaltig ist. Da kann man jetzt hoffen, dass man richtig dicke Fische fangen kann. Nicht jetzt richtig dicke Fische fangen kann, aber demnächst dann wieder richtig dicke Fische fangen kann. Räuber lieben so etwas und verziehen sich sehr gerne dorthin. Ich glaube jedenfalls, dass ich mit meinen Gewässererkundungen hier dann den einen oder anderen Jackpot tatsächlich bergen kann. Und dass also in den nächsten Jahren aufgrund dieser verbesserten Gewässerkenntnisse hier deutlich mehr ordentliche Fische zu fangen sind. Ich denke da auch an die Buhnenfelder im Rhein. Bei hohem Wasser sehen die Buhnen ja alle gleich aus und man weiß überhaupt nicht, wo man anfangen und wo man aufhören soll. Mit der Erfahrung kristallisieren sich bessere und schlechtere Buhnen heraus. Jetzt aber könnt ihr am Rhein spazieren gehen und ihr seht ganz genau, warum die eine Buhne besser ist als die andere Buhne. Und ihr könnt das genau untersuchen. Sind das vielleicht ein paar Steine, die dann mittendrin in der Buhne liegen? Ist es irgendwie eine Rinne, eine Kante oder sowas? Auch das sieht man jetzt wunderbar in den still liegenden Buhnen. Ihr kennt eure Gewässer bei Vollstau. Ihr könnt jetzt genau ergründen, was die Fische besonders mögen und was die einzelnen Angelplätze interessant machen. Aufgrund der gesammelten Erfahrungen könnt ihr dann neue Angelplätze suchen. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Ich denke die Idee habe ich ausreichend rübergebracht. Ich wünsche euch viel Spaß beim nächsten Spaziergang. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Petri Heil und viel Spaß bis zum nächsten Mal.